Hallo, grüß euch und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Black Ops 2. Alles klar! Ey, ähm... Ja, das ist jetzt auch mal was anderes, würde ich sagen. Die Runde... Was ist denn los, Mann? Ich habe sowas noch nie gesehen. Was ist das? Total am Rumspacken. Hallo, grüß euch und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde Black Ops 2. Es ist gerade mitten in der Nacht. Ich habe gerade einfach gedacht, ja... Lass mal eine Runde Black Ops 2 aufnehmen, ich habe gerade richtig Bock drauf. Ich weiß wahrscheinlich, oder ich weiß natürlich schon, dass ich total abkacken werde. Aber ich dachte, ich nehme jetzt einfach mal eine Runde auf. Übrigens spiele ich gerade mit meinem Skaff. Oh, er liegt da. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, er liegt da. Ich habe mich so erschrocken. Ja, ich spiele gerade mit meinem Skaff, den habe ich von Stöge und Michi zusammen, also die zwei haben mir Weihnachten einen Skaff geschenkt. Richtig geile Aktion auf jeden Fall. Ich habe mich richtig gefreut. Mal gucken, wie versteht es. Okay. Ah, der hat mich schon gesehen. Okay, komm. Ah, Scheiße. Alles klar. Läuft bei ihm auf jeden Fall. Er steht so im Hacklage. Alter, er im EU ist da. Ihm ist auf jeden Fall da. So, was will er da hinten eigentlich mit seinem Sniper? Was will er? So, gehen wir mal da lang. Ich finde die Map richtig geil. Also das ist gerade Raid auf der Map, was wir hier gerade spielen. Die ist richtig geil. Also das wäre ein Black Ops 3, gibt es die glaube ich... Nein, ja sicher alles DLC, glaube ich. Vielmehr aber sind sicher. Alles klar, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ja, das war so logisch. Aber die Kontadrohne geht mir auch ziemlich am Sack. Die beste Runde. So, wo ist der jetzt? Komm. Ey, er bekommt mich so down. Oh Scheiße. So. Vielleicht ist er mit der Type 25 besser. Glaub ich aber auch nicht. Ey, alter, was ist mit ihm los? So, da ist einer. Der hat mich ja auch schon gesehen gehabt. Alter Schwede. Alter Schwede. Ne, da gehen wir nicht lang. Ich wollte gerade rutschen. Ach du Scheiße. Es ist so heftig. Ich habe echt keine Hände in Black Ops 2 mehr. Da geht nichts. Ohne Witz. Ey. Ey. Ey, verpisst euch. Der kommt von hinten. Läuft bei ihm. Das ist echt schlimm. Das ist echt schlimm. Was sich vom Movement getan hat. Wenn man Black Ops einfach gewöhnt ist, dann geht das gar nicht. So. Das war jetzt mal ein Double Kill. Vielleicht wird es halt auch noch was. Vielleicht komme ich rein. Ich habe ja mal gehört. Das haben wir letztens im Stream auch mit dem Zuschauer geredet. Wegen Black Ops. Was haben die bitte da hinten gemacht? Was haben die da hinten gemacht? Was wir richtig geil finden, wenn... Alter Schwede. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja genau. Black Ops 2 Remaster. Das wäre so geil. Ohne Scheiß. Das wäre... Ohne Witz. Das wäre... Das wäre... Ich würde es mir sofort holen. Keine Ahnung. Würde mir richtig gefallen. Okay. Es ist gekommen. Ey der mit der Scheiß Rauchwand, der geht mir so am Arsch. Ey wir sind Erster von meinem Team. Wir sind Erster. Was los? Jetzt war ich noch Last oder was? Alles klar. War ich jetzt einfach Last oder was? Ja klar war ich Last. Ja er läuft bei ihm würde ich sagen. Ja er läuft bei ihm würde ich sagen. Ja. Ja.